Die DHV News vom 6. Dezember 2024 CSC News, jetzt aus Schleswig-Holstein Ärztekammer fordert, Cannabis-Legalisierung zurückzunehmen Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirkstor Shop Herzlich Willkommen bei den DHV News Erstmal kleine Info vorweg, nächste Woche gibt es keine offiziellen DHV News jedenfalls Die regulären hier aus dem Studio, da bin ich nämlich nochmal unterwegs Meine letzte Reise vor Weihnachten, Auslandsreise nach Eindhoven Bin ich unterwegs zum VOG Kongress VOC, der Coffee Shop Verband in den Niederlanden Hat mich eingeladen aufs Podium Vielleicht hat ja jemand Lust da hinzukommen, ich nehme an, die haben noch Karten Könnt ihr mal googeln oder auch hier in der Videobeschreibung Wie immer, wir alle quälen da und alles zum Nachgucken Also VOC Kongress Eindhoven Niederlande, nächste Woche Freitag Und dann zur nächsten Nachricht, auch nochmal in eigener Sache Unsere Spendenaktion ist gestartet, ich habe es ja letzte Woche angekündigt Ab 1.12. sammeln wir wieder, wie jedes Jahr, bis zum 15.01. Und bis jetzt sind 13.694 Euro eingegangen von 575 Teilnehmern Vielen Dank schon mal an der Stelle für alle, die bisher mitgemacht haben Wir haben natürlich ein tierisch hohes Ziel mit 150.000 ungefähr, die letztes Jahr zusammengekommen sind Unglaubliche Zahl mal wieder Insofern, die Latte hängt hoch, gerne weiter mitmachen Und wir freuen uns auch über neue Fördermitglieder Die uns dann ja regelmäßig mit einem Jahresbeitrag unterstützen Bis sie halt wieder sagen, ich will nicht mehr Das ist natürlich für die Planbarkeit ganz gut 60 Euro im Jahr ist der Standardbeitrag Die werden auch mitgezählt und sie können auch gewinnen Gewinne ab 10 Euro Spende und für alle neuen Fördermitglieder, die sich in dem Zeitraum einbuchen, anmelden bei uns Ja, also CDU droht die Cannabis-Legalisierung zurückzudrehen Helft uns dabei, uns dagegen zu wehren Nächster Punkt Logik zerstört CDU Ja, genau Es ist nämlich logisch, dass die Cannabis-Straftaten natürlich runtergehen nach diesem Cannabis-Gesetz Ist ja klar Weil der größte Teil der Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis war nun mal konsumbezogen Über 80% der Straftaten, die letztes Jahr noch wegen Cannabis eingeleitet worden sind Haben sich gegen allgemeine Verstöße mit Cannabis gerichtet Also ohne Handel, ohne Schmuggel, ohne Einfuhr und so weiter Einfach nur sonstiges sozusagen Eigenkonsum-Tatbestände Also Anbau geringer Mengen, ohne Handel, Besitz geringer Mengen Und wahrscheinlich einfach zum größten Teil tatsächlich öffentlicher Besitz von weniger als 25 Gramm Weil mehr als 25 Gramm hat man ja selten dabei Das heißt, es war klar, dass die Strafverfahren runtergehen, die Zahl runtergeht Die Arbeit für die Polizei und auch für die Staatsanwälte weniger wird Es sind immerhin 180.000 Fälle im Jahr gewesen Und dass da erheblich die Zahlen nach unten gehen, war logisch Aber irgendwie haben es viele lange nicht geglaubt Ich habe auch Vertreter von Polizeigewerkschaften zum Beispiel, die gesagt haben Erst mal gucken, erst mal Statistik abwarten, ich bin mir da noch nicht so sicher und so weiter Ja, wieso? Es ist doch logisch, natürlich gehen die Zahlen runter Und jetzt haben wir eben die ersten Zahlen, die jetzt gekommen sind Und das ist eigentlich eine sehr klare Sache Einmal haben wir die Nachricht vom SR Polizei im Saarland registriert weniger Cannabis-Straftaten Ich zitiere, bis Ende Oktober wurden im Saarland laut Innenministerium Straftaten im oberen zweistelligen Bereich erfasst Also vielleicht so 70 Genauere Angaben machte die Behörde dem SR gegenüber nicht Im Vorjahreszeitraum waren es über 800 Straftaten gewesen Jetzt kommen natürlich noch zwei Monate, vielleicht wird die 100er Mark ja noch überschritten Aber dann sind es immerhin achtmal so viele gewesen im letzten Jahr Straftaten Aus Berlin Demnach erfasste die Datenbank der Polizei zwischen Anfang April und Ende Oktober 1685 Straftaten nach dem Cannabis-Gesetz Darunter unerlaubter Handel oder unerlaubter Besitz Also über 25, über 30 Gramm in der Öffentlichkeit zum Beispiel Weil darunter ist ja eine Ordnungswidrigkeit Zudem wurden nämlich 81 Ordnungswidrigkeiten erfasst Dazu zählen etwa Verstöße gegen die Konsumverbotszonen Also insgesamt ungefähr 1700 Verfahren Davon 81 Ordnungswidrigkeiten Zum Vergleich Im gleichen Zeitraum 223 waren es den Angaben zufolge 5.315 Straftaten Also die Zahl ist abgestürzt Ja, nur noch ein Drittel von den Straftaten ungefähr Die immer noch stattfinden Ja, natürlich wird ja der Handel weiter verfolgt Und auch große Mengen Dazu gehören zum Beispiel zu den Straftaten auch der Anbau von Eigenanbau auf dem Balkon mit mehr als drei Pflanzen Also auch noch relativ kleine Sachen Aber die Zahl ist halt erheblich zurückgegangen Und ich bin sehr gespannt auf die nächste Polizeiliche Kriminalstatistik bundesweit Ja, da wird wahrscheinlich die Zahl der Cannabis-Straftaten Deutlich unter 100.000 gesunken sein Von bis jetzt immer über 200.000 die letzten Jahre Und dann noch eine Meldung aus Wuppertal Von Radio Wuppertal lese ich vor Die Legalisierung von Cannabis Macht den Ordnungsbehörden in Wuppertal Bisher keine nennenswerten Probleme Das geht aus einer Stellungnahme der Stadt Auf Anfrage der CDU hervor Die Fraktion wollte wissen Ob und wie das Ordnungsamt kontrolliert Dass zum Beispiel in der Nähe von Schulen oder Spielplätzen Nicht gekifft wird Vier Fälle habe es gegeben Bisher gäbe es keine Anzeichen dafür Dass das Ordnungsamt wegen Cannabis mehr Personal braucht Mehr Beschwerden wegen Cannabiskonsums Habe es auch nicht gegeben Fertig, Meldung zu Ende Ja, total unspektakulär Kein Problem, was wollt ihr eigentlich Was soll jetzt auch passieren Man wartet immer drauf Dass jetzt die Welt untergeht Nach den ganzen Ankündigungen der CDU Die ganzen Gedöns von wegen Die Kinder sind im Arsch Und was weiß ich Wegen Cannabis, Legalisierung, klar Und passiert einfach gar nichts Von wegen lauter Kriminalität Und so Muckro-Mafia-Gedöhne Ja, viel weniger Strafverfahren Und keine öffentlichen Probleme Nix, ja Also ist wirklich absurd Das Ganze Also irgendwie dreht die CDU da am Rad Mit ihrer komischen Horror an die Wand Malerei Ja, passiert einfach nix Ja, und dann ist auch jetzt Langsam müssen wir was kommen Ja, wenn das stimmen sollte Also bis jetzt zeichnet sich da Kein Horror-Szenario ab Alle sagen Cannabis ist legal Aber du kannst das nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen Cannabis-Konsumenten werden immer noch diskriminiert Wir kämpfen für einen sicheren Zugang Zu Cannabis in Fachgeschäften Praktikable Regeln für Eigenanbau Und Anbau-Clubs Sowie bessere Bedingungen bei Cannabis Als Medizin Unterstütze unsere Arbeit Mit einer Spende oder Mitgliedschaft Schon ab 5 Euro im Monat Man muss die Pflanze gießen Damit sie wächst Deutsche Handverband Deine Stimme für echte Legalisierung So, kommen wir zum CSC News Da haben wir nochmal eine schicke Sammlung An verschiedenen Nachrichten Die wichtigste davon ist Dass auch Schleswig-Holstein jetzt Die ersten Genehmigungen Betriebsgenehmigungen Für Anbauvereine rausgehauen hat Wir können unsere Glückwünsche senden Nach Schwentinental im Kreis Plön Und nach Bad Segeberg Also da sind jetzt auch Anbauvereine Die loslegen dürfen Und damit ist wieder ein Bundesland weniger unterwegs Das noch gar keine Anbaugenehmigung erteilt hat In Köln gibt es jetzt auch die ersten Vereine Also von zweien ist ja in Medien die Rede Einer der Betreiber sagt Er wüsste von mindestens drei Also Köln ist jetzt auch am Start Drittgrößte Stadt Deutschlands Immerhin Soweit ich weiß Zusammen mit München Vielleicht ungefähr so auf einem Level Beides so gerade so Millionen überschritten Dann haben wir eine Nachricht Von der ersten Anbaugemeinschaft Die uns offiziell als DHV auch unterstützt Wir haben da jetzt so einen eigenen Bereich sozusagen Neben den Firmensponsoren, die wir auch haben Gibt es jetzt auch einen Bereich für genehmigte Anbauvereine Ja, die ein bisschen unsere Arbeit unterstützen Auch weil wir ja ein Vorreiter waren sozusagen Für die ganze Entwicklung Und das überhaupt möglich zu machen und so weiter Naja, auf jeden Fall Die Anbaugemeinschaft Südwest Meldet jetzt uns Dass sie zum ersten Mal Eine Präventionsschulung hatten In Rheinland-Pfalz Und daran teilgenommen haben Und haben geschrieben Ja, also Sie hätten auch ein Foto davon Ja, und alle Teilnehmer werden einverstanden Damit da das veröffentlicht wird Und dann machen wir das jetzt auch mal Ja, also da seht ihr da jetzt hinter mir irgendwo Alle Teilnehmer der ersten Präventionsschulung In Rheinland-Pfalz Und es wird gedankt Nämlich dem Nidro Der Nidro in Neustadt Das hat stattgefunden Für die professionelle Durchführung dieses Kurses Ihr Engagement hat diesen Erfolg maßgeblich unterstützt Also sie sind total heiß darauf jetzt Dass sie Präventionsschulung hatten Und werden jetzt dieses neu erlangte Wissen In die Vereine reintragen Und es wird jede Menge Prävention gemacht Ja, das sind die Kriminellen Die die CDU jetzt unbedingt alle wieder zu Straftätern machen will Ja, also Fragt man sich wieder Wo ist jetzt das Drama? Wo ist das Problem? Warum muss man jetzt die Leute da irgendwie Strafrechtlich verfolgen? Es schließt sich nicht so richtig Eigentlich ganz korrekte Leute Die Bock haben Auch Prävention mit zu betreiben Wenn sie eben ihren Vereinsmitgliedern Cannabis geben Tolle Sache eigentlich Und es zeigt auch Dass Rheinland-Pfalz zu den Bundesländern gehört Die schon Anbaugenehmigungen erteilt haben Bevor der Präventionskurs überhaupt stattgefunden hat Da kann man gut daran unterscheiden Wo progressive Bundesländer unterwegs sind Die das wirklich fördern wollen Die verstanden haben Welchen Sinn das macht mit den Anbauvereinen Und die die an den Start bringen wollen Und gesagt haben Okay Es gibt jetzt noch gar keine Schulungen Aber wir genehmigen euch schon mal vorläufig Müsst ihr die Schulungen halt noch nachreichen Das ist jetzt passiert in unserem Fall hier Und alles ist gut Während andere Bundesländer Von vornherein ja gesagt haben Also wir fangen ja erst an Zu prüfen und so weiter Oder irgendwelche Genehmigungen zu erteilen Bevor nicht alle Clubs diese Präventionsschulungen haben Für ihren Präventionsbeauftragten Bayern zum Beispiel natürlich Da haben sie schon mal die ersten drei Monate totgeschlagen Seit dem 1.7. Weil in Bayern vor Ende September Gar keine Präventionsschulungen möglich waren Insofern selbstverständlich Bis dahin auch keine Genehmigung Naja, bis jetzt immer noch nicht Aber damit haben sie im Prinzip schon mal Die ersten drei Monate begründet Und jetzt müssen wir mal langsam gucken irgendwie Weil jetzt sind die ganzen Anträge so alt Dass die langsam in den Fristablauf reinkommen Und vielleicht dann auch irgendwann mal Untätigkeitsklage droht In Sachsen derweil Der nächste Club, der zum ersten Mal Cannabis verteilt Jeweils 10,5 Gramm haben die 60 Mitglieder bekommen Also relativ kleiner Club, 60 Leute Ja, also das geht auch vorwärts Ja, das jetzt so nach und nach Die Clubs anfangen auch Cannabis auszugeben Und überhaupt geht es Schlag auf Schlag Ja, das ist jetzt sicherlich auch keine Liste Die irgendwie super vollständig ist Aber stehen ja auch nicht alle in der Zeitung Von diesen neuen Genehmigungen Das ist also nur so ein Schlaglicht Ja, was wir jetzt auch mitkriegen So in den Medien Aber es macht schon Spaß zuzugucken Wie schnell das jetzt vorwärts geht Wir kriegen auch Anfragen von Medien Die fragen, wie viele CSCs gibt es denn eigentlich Und dann kann man irgendwie mal einen Stand durchgeben Aber das ist dann eigentlich schon klar Das ist sofort schon wieder nicht mehr aktuell Und wir wissen auch nicht alle Also es geht wirklich munter drauf los Jetzt da draußen mit den ganzen Genehmigungen Aber drei Bundesländer sind noch übrig Die keine Genehmigungen erteilt haben Das ist das Saarland Hessen und Bayern Auf Bayern spitzt sich natürlich jetzt alles zu Weil die am aggressivsten gesagt haben Wir wollen maximal restriktiv auslegen Und wir wollen eigentlich überhaupt keine Anbauvereine Und überhaupt wollen wir das ganze Gesetz Super schnell sofort zurückdrehen Nach der Bundestagswahl und so Und man fragt es dann schon Werden die das ganze Gesetz sabotieren? Werden die irgendwie versuchen Keine Genehmigung rauszuhauen Vor der Bundestagswahl Und hoffen dann darauf Dass das Gesetz sofort wieder zurückgenommen wird Um dann drumherum zu kommen Um die Klubs, um die Genehmigungen Weil wenn die Betriebsgenehmigung einmal raus ist Die gilt für sieben Jahre Dann werden die Klubs nicht mehr los So schnell, jedenfalls nicht Die mit Genehmigung Ist also die Frage Ist da politische Sabotage im Spiel Oder nicht? Also langsam wird es eng für die Bayern Weil fast alle anderen Bundesländer Eine Genehmigung erteilt haben Bei Hessen bin ich mir allerdings nicht so sicher Weil da so ein Statement Jetzt auch diese Woche kam Vom Innenminister in Hessen CDU Der Kiffen auf Weihnachtsmärkten Grundsätzlich verbieten will Ja, Cannabiskonsum Und sagt, das wäre eine Gefahr Für die öffentliche Sicherheit Ja, Kiffen auf dem Weihnachtsmarkt Ja, da gehört nur Glühwein hin Saufen, saufen Ja, das ist super für die öffentliche Sicherheit Aber Cannabis geht gar nicht klar So ungefähr Also das könnte vielleicht so ähnlich sein Ja, wenn man so einen Quatsch hört Irgendwie Dass die auch versuchen Irgendwie diese Klubs zu verhindern Da darf man gespannt sein Ja, aber trotzdem Na, das spielt sich auf jeden Fall zu Es sind nicht mehr viele Die sich da Die bis jetzt noch gar nichts geliefert haben Immerhin Einen kleinen Nachtrag noch Zu letzter Woche Von meinem Bericht zu dieser Ablehnung Also überhaupt Erster Bescheid in Bayern Ja, war natürlich eine Ablehnung Übrigens auch das erste Mal Dass ich hier höre Da im Bundesland Zur ersten Ablehnung verteilt Ja, bevor irgendwie Man kriegt immer mit Okay, jetzt sind Genehmigungen da Ich habe noch nie gehört Dass im Bundesland Vor der ersten Genehmigung Eine Ablehnung erteilt hat In Bayern ist das aber so Wie zu erwarten sozusagen Ja Vielleicht vertue ich mich auch Weil das einfach nicht in der Presse stand Ja, so eine Ablehnung Ist aber nicht so spannend für die Presse Aber ja Jedenfalls letzte Woche War der Bericht da Dass der CSC Minga In München die Ablehnung gekommen hat Und ich habe das hier vorgetragen In den News Wie es im Merkur zum Beispiel Dargestellt wurde Und dass es eben Im Wesentlichen darum ging Wie Schwerbehinderte Integriert werden sollen In den Vereinen Und ob das okay ist Wenn die jetzt irgendwelche Administrativen Tätigkeiten machen Oder nicht Aber da muss man doch sagen Ich habe jetzt mittlerweile Das auch alles gelesen Und so weiter Nochmal im Detail verfolgt Und der wesentliche Punkt Ist tatsächlich Dass die in der Satzung Den Anbau Die Mitarbeit beim Anbau Durch die Mitglieder Nicht vorgeschrieben haben Also die nicht gesagt haben Es ist notwendig Dass alle Mitglieder mitmachen Beim Anbau Sondern Die können halt Sich beteiligen Und das reicht halt nicht Für das Gesetz Das steht im Gesetz drin Jedes Mitglied muss mitmachen Und das steht einfach nicht In der Satzung Und das ist eigentlich Der wesentliche Grund gewesen Warum dieser Club Abgelehnt worden ist Trotzdem bleibt es natürlich dabei Die hätten vielleicht Denen trotzdem nochmal sagen können Hier Also ihr müsst wirklich Die Satzung ändern Ja Und sonst geht das nicht Oder so Wir haben es aber Letztendlich irgendwann gesagt Komm hier Kriegen die halt eine Ablehnung Da wunderbar Wollen wir sowieso Alles ablehnen Naja Also So oder so Egal wie kleinkariert Jetzt das war oder nicht Diese Ablehnung Bleibt halt spannend Ob es auch irgendwann Mal eine Genehmigung gibt In Bayern So Das war jetzt zu den CSCs Soweit Bin gespannt Ob jetzt vor Weihnachten Noch mal was passiert Wahrscheinlich Vielleicht sogar Bayern Mag weiß es nicht so genau Aber jetzt zum Aufreger Der Woche nochmal Nämlich Die Ärztekammer fordert Die sogenannte Cannabis-Legalisierung In Anführungszeichen Zurückzunehmen Das war die Schlagzeile Quer durch die Medien Alle so Die Ärztekammer will Cannabis-Legalisierung Zurücknehmen Und so Große Aufregung im Netz Das war gerade am Sonntag Wo unsere Spendenkampagne Gestartet ist Und nicht sofort Darauf reagiert haben Auf diese Ärztekammer-Sache Irgendwie Und alle Spenden aufrufen Aber nicht wegen Die Ärztekammer Und jetzt geht ja Aber die Welt unter Die Ärztekammer Und so Aber das ist jetzt Nichts Neues Dass die Ärztekammer Gegen die Legalisierung ist Das sind sie immer schon gewesen Das ist einer der Wichtigsten Gegenspieler So wie die Polizeigewerkschaften Ungefähr von dem Kaliber Und die haben auch Vor der Abstimmung Im Bundestag Letztes Jahr Zu dem ganzen Theater Beigetragen Und zur Verunsicherung Der SPD-Fraktion Haben da einen Offenen Brief geschrieben An die Abgeordneten Haben auch andere Gegenspieler mit Reingenommen Also so ein Sammelbrief Von allen möglichen Institutionen Gegen die Legalisierung Und die Bundesärztekammer War da Federführend mit Unterwegs Und deren Präsident Reinhardt Ist ein ganz Großer Gegner Von Cannabis Und von Legalisierung Und so weiter Das ist also Nichts Neues Auch wenn das Schlimm ist Dass das eben Jedes Mal So durch die Medien geht Das verunsichert Natürlich die Bevölkerung Das verunsichert Politiker Und stärkt die CDU Eben in ihrer Ablehnenden Haltung Aber wenn man genauer Hinguckt Nämlich dieses Tatsächliche Papier Um das da ging Ein Positionspapier Der Bundesärztekammer An die neue Bundesregierung Sozusagen schon mal Mit diversen Forderungen Das ist ein langes Ding Also mit sechs Seiten PDF Mit mehreren Seiten Stichwortartigen Forderungen Und irgendwo Dazwischen steht Der Satz Ach im Übrigen Auch natürlich Alles im Zusammenhang Mit Cannabis Legalisierung Zurücknehmen Die gesetzlichen Regelungen Zur Legalisierung Von Cannabis Als Genussmittel Sind vollständig Zurückzunehmen Steht da Aber das ist nicht Gefeatured Steht in keiner Überschrift Da ist nicht Fett gedruckt Oder irgendwas Das steht einfach Irgendwo zwischendurch In diesem sechs Seiten PDF Kleingedruckt Ganz ganz normal Das ist ein Satz In einem Absatz Mit verschiedenen Punkten Steht auch drin Dass Alkohol ein Riesenproblem Ist Und jede Menge Leid Verursacht Und so weiter Aber die Presse Stürzt sich natürlich Auf diesen Satz Und macht die Headline Ärztekammer will Legalisierung Zurückdrehen Was nicht falsch ist In dem Sinne Und die auch wissen Cannabis Bringt immer Klicks Ja das schreiben wir Jetzt mal Aber es ist doch Verhältnismäßig Aufgebaut Zum Gesamtkunstwerk Dieser ganzen Forderungen Da Ich wüsste auch gerne Ob sich die Bundesärztekammer Ärgert hat drüber Weil die ganzen Anderen Forderungen Die eigentlich viel mehr Mit Medizin zu tun haben Und mit Ärzteschaft Dann untergehen dadurch Dadurch hat das so Und dahin gezogen wird Zweite Überschrift War die fordernde Zuckersteuer Glaube ich War das andere Thema Das so groß in Medien war Da steht viel mehr Sachen drin Und das Cannabis Thema War da nicht besonders gefeatured So oder so Da kann man auch nicht viel machen Als Handverband Ja dann wird von uns immer erwartet Wir müssen jetzt unbedingt Irgendwas dagegen machen Oder so Proteste vor der Ärztekammer Zentrale oder was weiß ich Aber das bringt ja nicht viel Ja wenn wir jetzt bei der Ärztekammer Theater machen Weil wir natürlich ein Lobbyverband Für die Legalisierung sind Und sich da kein Mensch drüber wundert Dass wir dafür sind Oder gegen die Ärztekammer Und uns dann positionieren Weil die Ärztekammer ja Also als Mediziner Spezialistenforum Neutral sein sollte Und natürlich auch dann den Ruf hat Dass die einfach nur Medizinische Aspekte Von Cannabis sich angucken Und Alarm schlagen Weil das so gefährlich ist Und so weiter Was natürlich nicht stimmt Aber da muss man erstmal Dahinter steigen Ähm Da ist halt total gefärbt Letztendlich Und gerade aus medizinischer Sicht Es gibt halt überhaupt Keine Begründung dafür Dass jetzt Alkohol So gefeiert wird Und eben nicht verboten ist Und Cannabis doch Das ist gerade aus medizinischer Sicht Blödsinn Aber erstmal Ist die Ärztekammer Eine neutrale Organisation Und wer dagegen anstecken muss Sind Ärzte Ja also bitte Wieso Wieso hat die Ärztekammer Eben so eine Ausrichtung Die meisten Ärzte wissen doch Dass Cannabis nicht gefährlicher Als Alkohol Und die meisten wissen auch Dass das keinen Sinn macht Das zu verbieten Weil das einfach nicht funktioniert Also da müssen die Ärzte Mal auf die Barrikaden gehen Und sagen Ja Würde man einen neuen Präsidenten wählen Stell sich schon mal eine auf Bei der nächsten Wahl Zum Präsidenten der Ärztekammer Und modernisiert den Laden Mal ein bisschen Auch andere Ärzteverbände Wäre nicht schlecht Wenn die sich mal äußern würden Dazu Schildauer Kreis zum Beispiel Hat glaube ich Eine Stellungnahme dazu Gebracht Und das ist natürlich Auch nicht schlecht So aus wissenschaftlicher Sicht Und Richtung Das wird dann eher ernst genommen Als wenn wir als Handverband Jetzt sagen Die Ärztekammer Spinnt aber oder so Auch wenn das vielleicht stimmt Aber PR mäßig Bringt das nicht viel Sag ich mal so Ist aber natürlich ein Problem Ja Das ist natürlich eine Sache Die hängen bleibt bei den Leuten Und nicht schön Naja So habt ihr dazu auch alles gehört Rauschklausel nochmal kurz Ich hatte letzte Woche Oder vorletzte hier gesagt Na Mit der Abschaffung der Rauschklausel Das wird ganz ganz knapp Da war das Gesetz Noch durch das Bundeskabinett gegangen Dann ist ja die Ampelregierung Auseinander geflogen Vielleicht mal ganz kurz ausgeholt Es geht darum Bei Nutzhanf Steht bis jetzt im Gesetz drin Damit darf man nicht handeln Wenn der Missbrauch Zu Rauschwecken Nicht ausgeschlossen ist Und es gab ein Gutachten Und ein Gerichtsurteil dazu Die sagten also Diese Blüten Von dem Nutzhanf Mit 0,2 0,3% THC Damit kann man sich Theoretisch berauschen Wenn man große Mengen davon Irgendwie Mit Keks Was weiß ich In Muffin reinbackt Und dann Sich das Zeug da reinwirkt Irgendwie mit dem ganzen Hanfer drin Da könnte vielleicht ein kleines Röschchen dabei rauskommen Was natürlich praktisch Blödsinn ist Aber deswegen Ist halt die Rechtliche Situation Von Blüten Und von aber auch Allem möglichen anderen Produkten Aus Nutzhanf Problematisch Und unklar Graubereich Und ständig Prozesse Und nerviger Ärger Irgendwie Und das bremst natürlich Auch die Handwirtschaft aus Und Özdemir Als Bundeshandwirtschaftsminister Hat da Immerhin mal Initiative ergriffen Und gesagt Okay Wir schaffen die Rauschklausel ab Gibt ja auch international Übrigens nicht Ja Gibt ja immer diese THC Grenze Und fertig Ja Nichts mit Rauschklausel Das ist eh Quatsch Da gucken wir mal Oder nach Deutschland Und sagen Was machen die denn da Aber ja Ist noch Gesetzlage Und ich sagte Das wird knapp Weil erstmal Jetzt noch Durch den Bundesrat muss Genau wie das Cannabis-Gesetz damals Und könnte gut sein Dass die da jetzt Irgendwie Widerstand leisten Und Vermittlungsausschuss Anrufen wollen Und so weiter Haben sie aber nicht gemacht Also mit der Rauschklausel Ist durchgegangen Und insofern Hat jetzt das Bundeskabinett Daraus auch eine Vorlage Für den Bundestag gemacht Also ist jetzt Eingespeist im Bundestag Dieses Gesetz Und theoretisch Könnte das noch Beschlossen werden Vor der Wahl Aber Muss man jetzt eben Auch dazu sagen Es gibt nicht viele Gesetzverfahren Die überhaupt im Bundestag Jetzt noch bearbeitet werden Die CDU hat diese Woche Auch nochmal angesagt Dass sie nur noch Absolut wichtige Gesetze Durchziehen wollen An denen An denen wirklich Alle interessiert sind Die alle für wichtig halten Und die nichts kosten Weil es gibt ja auch Keinen vernünftigen Bundeshaushalt Der ist ja nicht Verabschiedet worden mehr Und alles was Was kostet Wollen sie das erstmal Nicht machen Und wollen die SPD Auch vorführen Oder SPD und Grüne Dass sie keine Mehrheit haben Sagen sie dann immer Ja sie sind nicht Regierungsfähig Und so weiter Die wollen die als Möglichst gescheitert Hinstellen Und denen jetzt nicht helfen Merz sagt dann Ich will nicht Drittes Rad am Wagen sein Und denen jetzt noch irgendwie Helfen mit ihren Vorhaben Wir hauen denen einfach Alles unter den Füßen weg Bis auf das Was wir selber gut finden Und wichtig finden So ungefähr Und deswegen ist halt Die Verabschiedung Dieses Gesetzes Im Bundestag Sehr unsicher Sehr unklar Ob das überhaupt Zur Abstimmung kommt Da könnte auch die FDP Noch mal eine Rolle spielen Weil mit der FDP Hat ja Rot-Grün Auch nach wie vor Eine Mehrheit Zwar keine Regierung Aber wenn die alle Dafür sind Könnten die das auch In der Konstellation Verabschieden Es gibt also noch Eine gewisse Chance Ja das hat noch klappt Muss dann nachher Noch mal durch den Bundesrat Wenn es durch den Bundestag war Aber da ist dann nicht mehr Mit großartigem Widerstand Zu rechnen Aber sicher ist das Auch in dem Fall dann nicht Jedenfalls ist es Ein Schrittchen weiter gegangen Und jetzt im Bundestag Demnächst Und wir werden sehen Ob es auf der Tagesordnung landet So Termine Drei Stück Vor Weihnachten Ist nicht mehr so viel los Im Hanfmuseum Jetzt heute Ist ein Termin Zur Feier Von 30 Jahre Hanfmuseum Berlins grünster Geburtstag Dann gibt es in Darmstadt Den offenen Hanftisch Also ein Treffen Der DHV Ortsgruppe Am 6.12. Auch heute Ui 19 Läuft noch Können schnell hinrennen Auch ob da noch einer ist Halle Kundgebung am 10.12. So jetzt sind wir Bei der Zukunft so richtig Kundgebung zum Internationalen Tag Der Menschenrechte 12 Uhr Halle 10.12. Und nochmal Halle Hanftisch Auch ein Treffen der Ortsgruppe Am 13.12. Das war's Ich wünsche euch Frohe Weihnachten Und so weiter Einen schönen Abend Einen großsamen Tag Ungefähr Dass ihr das Video Liked Die Glocke drückt Den Kanal abonniert Und bis bald Einen schönen Abend Und bis bald Einen schönen Abend Einen schönen Abend Einen schönen Abend Untertitelung des ZDF, 2020